Herr Professor Fromm, die Herkunft Ihrer Eltern und Ihre Ursprünge aus Ihrem Elternhaus, welche Rolle haben die gespielt bei dem, was Sie geschrieben haben? Ja, die haben wohl eine ziemlich große Rolle gespielt, wie bei jedem Menschen, und auch speziell mit Bezug auf das, was ich geschrieben habe. Ich wurde geboren als einziges Kind, was schon ganz schlimm ist, von zwei sehr neurotischen Eltern, überängstlichen Eltern, aus einer sehr orthodox jüdischen Familie, auf beiden Seiten mit Traditionen von Rabbinen. Und die Welt, in der ich lebte, das heißt also, was mir erzählt wurde, was mir nahesteht von meinen Vorfahren, das war die Welt des traditionellen Judentums, das war im Grunde genommen eine mittelalterliche Welt. Das war noch nicht die bürgerliche Welt. Und in dieser mittelalterlichen Welt, von der bezog ich meine Tradition und meine Bewunderung und meine Vorbilder. Und so lebte ich eigentlich halb in dieser Welt der alt-jüdischen, echten Tradition und halb in der modernen Welt. Ich ging in Deutschland auf die Schule in Frankfurt und lebte wie, hatte die Einflüsse, die jeder andere junge Deutsche hatte in dieser Zeit. Aber ich blieb damit eben sehr allein. Nicht nur, weil man als Jude in Deutschland immer etwas eine Ausnahmestellung hatte, obwohl keiner als Weg seiner unangenehme. Aber auch, weil ich weder mich ganz zu Hause fühlte in der Welt, in der ich lebte, noch natürlich die alte Welt der Tradition, die war doch wiederum auch nicht mein täglicher Umgang. Mein Vater war ein Kaufmann, er schämte sich wohl dessen, weil er eigentlich auch hätte Rabbiner werden wollen. Und ich fühlte als kleiner Junge, wenn jemand sagte, ich bin Kaufmann, dann schämte ich mich sehr für den, weil ich dachte, Gott muss der sich schämen zuzugeben, dass er sein ganzes Leben damit zubringt, Geld zu verdienen. Das war also der mittelalterliche gegen den modernen Standpunkt. Und so war ich ein recht einsames Kind, aus all diesen Gründen, und war sehr bereit und offen, etwas, was mich aus dieser Einsamkeit erlösen könnte. Und das waren für mich doch von früh an die Propheten. Und speziell, dass die Begriffe und die Hoffnung auf die messianische Zeit, dass der Messias kommen würde und dass der eine bessere Welt aufrichten würde. Und diese Hoffnung, dass der Messias kommt, die war tatsächlich für die traditionellen Juden eine sehr starke. Das hat nichts mit Zionismus zu tun, sondern es war ein Glaube, die Welt wird erlöst werden, und zwar nicht durch Katastrophen, sondern in einer großen Weltverbesserung, wie sie das bei den Propheten finden. Und das messianische Motiv hat ja zwei Dinge in sich, nämlich einmal ein religiöses, die Vollendung des Menschen, die Perfektion des Menschen, die Konzentrierung des Lebens auf geistige, religiöse, moralische Normen, und ein politisches, nämlich die wirkliche Änderung der Welt und eine neue Gesellschaftsverfassung, die diese religiösen Prinzipien durchsetzt. Nun also, ich sage, dieses messianische Vorstellung, die war die erlösende und beeindruckende Vorstellung, und die ist es eigentlich bis heute geblieben. Nämlich damals wie heute die Vorstellung, in der das religiöse und das politische Miteinander voneinander gar nicht zu trennen sind. Die Propheten und die messianische Zeit spielen auch noch in Ihrem letzten Buch eine wichtige Rolle. Aber wie sind Sie nun doch gleichzeitig auch zur Psychologie gekommen? Ja nun, auf die Psychologie bin ich wohl deshalb gekommen, weil ich allmählich immer neurotischer wurde, dass ich nicht ganz verrückt wurde bei so überängstlichen Eltern, das kann ich nur Gott verdanken, oder den Eindrücken, wie ich es sagen würde, die so stark positiv auf mich auswirken. Aber hin war ich ein sehr neurotisches Kind und habe mit ungeheuer vielen Konflikten als junger Mann, und aus diesem Grunde kam ich zur Analyse. Ich wurde von meinen eigenen Problemen dazu gedrängt. Sind Sie damals zunächst ohne Konflikte zur freudschen Analyse gekommen, oder hat sich bei Ihnen gleich ein Zweifel? Oh nein, ich war ein sehr guter Schüler. Ich habe gar keine Zweifel gehabt, es hat mich sehr beeindruckt. Ich kann mich jetzt erinnern, wie manche Zweifel allmählich kamen, aber wie das bei solchen Doktrinen ist, die wurden verdrängt. Und so blieb ich ein guter Freudianer durch meine ganze Studienzeit hindurch. Allerdings, die Zweifel vermehrten sich ein bisschen. Aber immerhin, ich graduierte von dem Berliner Psychologischen Institut, was ganz orthodox war, 1932, glaube ich, oder 1931, und analysierte dann für fünf oder sechs Jahre strikt nach dem, was ich gelernt hatte. Erwartete, das vom Patienten zu hören, was die Theorie oder, wenn Sie wollen, das Dogma sagte, ich erwarten sollte und was, wenn ich ein richtiger Analytiker war, ich auch finden würde, wenn ich nur genug Geduld hätte. Das heißt also, diese Erwartung ist eine, wie Sie sagen, typisch freudsche Erwartungshaltung. Man hat eine Theorie und legt sie seinem Patienten auf. Ist das der Punkt, an dem Sie dann Ihre Kritik ansetzten? Ja, ich fand schließlich heraus, nach ein paar Jahren, dass immer das kam, was ich erwartet hätte und nie was Neues, sondern das waren nun bestimmte Routinebegriffe vom Oedipuskomplex, der Kastrationsangst und alles Mögliche. Und ich sah, ja, das kommt wieder hier und wieder hier, war sehr froh, wenn der Patient einen Traum brachte, der darauf zu passen schien, bis allmählich sah, dass ich eigentlich selbst vom Patienten wenig wusste, sondern nur Komplexe. Er hat diesen Komplex, jenen Komplex und zweitens, dass es mir mehr und mehr langweilig wurde. Ich hatte keine lebendige Beziehung zum Patienten. Ich sah ihn nicht als Mensch. Und das kann Ihnen wohl die meisten Analytiker sagen, die so erzogen worden sind. Ich fühlte mich auch schuldig gegen die Regel, wenn ich irgendetwas anderes tat, also wenn ich zu Patienten etwas freier gesprochen hätte. Es war ihm ja gelehrt worden, dass man ganz passiv bleiben soll und die Beziehung eine ganz unpersönliche bleiben soll. Aber allmählich langweilte das so, denn ich sah nun immer wieder dieselben Sachen. Und dann fing ich an zu sehen, mich zu fragen, was ich denn wirklich sehe und begann zu sehen. Den Patienten, mehr in seiner Gesamtheit, kam ich dann langsam loszulösen von der Libidotheorie, die ungeheuer einhängend war, den ganzen Menschen zu sehen. Und die Struktur des Einzelmenschen, nicht nur in der Familie, das war ja die freudsche Basis, sondern in der Gesellschaft, unter dem Standpunkt der Werte, die sein Leben bestimmen. Und da kam ich ganz, ganz allmählich zu anderen Ergebnissen, anderen Methoden und habe eigentlich nie aufgehört, in dieser Hinsicht mich zu entwickeln. Was war zum Beispiel zeitbedingt an Freud? Nun, erstens einmal die ganze bürgerliche Einstellung, die Familie als die letzte Realität. Freud hatte die bürgerliche Familie überhaupt nicht hinausgesehen. Im Gegensatz zu anderen Denkern, wie zum Beispiel einem viel radikaleren Denker, Mill, John Stuart Mill, gar nicht zu reden von Marx. Freud war ganz in seiner, ganz eingeengt, in der die Welt erschien, die ganze Welt, die ganze Menschheit erschien, in der Art, wie das Bürgertum und die bürgerliche Struktur, Besitz, Erfolg, Titel, alles das sich da bot. Auch Freuds Bild von Frau und Mann. Nun ja, das ist wirklich eine der tollsten Dinge, dass das möglich war für einen so großen Psychologen, dass aus seiner männlich-chauvinistischen Haltung heraus, die er ungeheuer hatte, dass er da also das übliche Vorurteil gegen Frauen nur noch wissenschaftlich rationalisiert hat und die Frauen beweisen wollte, dass Frauen biologisch mindere Wesen sind. Das ist ungefähr so wie die Argumentation gegen die Neger oder der Hitlische gegen die Juden. Welche Zusammenhänge gibt es zwischen Religiosität und dem Marxismus? Ja, natürlich auf diese Frage zu antworten, müsste man eigentlich diskutieren, was man sich heute unter Marx vorstellt. Es ist wohl kaum ein bedeutender Philosoph so völlig entstellt worden, wie Marx sowohl von den Kommunisten, wie aber auch von den Sozialdemokraten entstellt worden ist. Die beide Marx, seine Depretierten, dass es ihm darauf ankommt, dass die Arbeiter ebenso glücklich leben wie die Bürger. Also Bürgertum für alle. Das ist die stalinistische und das ist die reformistische Lösung. Nun, Marx war eben ein Gegner, ein Kritiker der bürgerlichen Werte. Marx sah, dass der Mensch in der kapitalistischen Gesellschaft ein Gefangener ist, nicht nur die Arbeiter. Er meinte, die Arbeiter seien die aller Entfremdesten und Unglücklichsten. Heute ist es sogar so, dass man sehen kann, dass die Gesellschaft der Angestellten, der Manager, der Ingenieure noch entfremdeter ist sogar als die der gelernten Arbeiter, sagen wir mal. Marx kam es darauf an, den Menschen wieder ins Zentrum zu stellen. Und noch am Ende des dritten Bandes Kapital sagt er, die Aufgabe ist, dass der Mensch so lebt, dass das Zweck und das Ziel seines Lebens die volle Entfaltung aller seiner Kräfte sind als ein Selbstzweck und nicht als ein Mittel zur Erreichung anderer Zwecke. Und wenn Sie sich diese Formulierungen mal ansehen und sie vergleichen, sagen wir mal mit der Formulierung von Maimonides, dem größten jüdischen Religionsphilosophen, was er sagt, wie er definierte messianische Zeit, dann ist fast kein Unterschied. Das Pathos hinter Marx war ein religiöses Pathos, obwohl er die Religion kritisiert hat und sehr scharf kritisiert hat. Aber warum hat er sie kritisiert? Er hat sie kritisiert nicht von einem bürgerlich-atheistischen Standpunkt, sondern, wenn Sie so wollen, von einem religiös-atheistischen Standpunkt, wie zum Beispiel ein Mann wie Ernst Bloch ihn sehr klar und sehr radikal vertritt. Marx' Meinung war, dass solange die reale Welt, die gesellschaftliche Welt, so weit entfernt ist von der Verwirklichung, sagen wir mal, der Prinzipien der Propheten oder der Evangelien, so lange braucht man eine Religion als Extrainstitution, die sozusagen die Ideen wach hält, die aber in Wirklichkeit doch auch wiederum die Spaltung schafft zwischen dem realen sozialen Leben und der religiösen Ideologie und dem religiösen Gefühl, was sagen wir am Sonntag befriedigt wird und in der Kirche. Worauf es Marx ankam, war die Verwirklichung der Religiosität im realen Leben, dass die Gesellschaft so aufgebaut ist, dass die Prinzipien der Gerechtigkeit, der Liebe, der Wahrheit, der menschlichen inneren Produktivität und Lebendigkeit oder wie ich es in diesem Buch ausgedrückt habe, des Seins und Nichts, des Habens, dass diese Prinzipien in der Gesellschaft selbst durchgesetzt sind, im täglichen Leben, dann allerdings braucht man keine Religion mehr als Extrainstitution, weil die Religiosität, die Normen, die Erlebnisse, die Daseinsart sich in der Praxis der Gesellschaft durchgesetzt hat. Dann sind eben die Gesetze menschliche, humane, die Lebensweise ist eine menschliche, humane und dann allerdings versucht man das Prinzip des Seins, das Prinzip, das gemeinsam ist, den Buddhismus, wie dem prophetischen Judentum, wie der Bergpredigt, alles das zu verwirklichen in der Gesellschaft durch deren Gesetze, Bräuche, Werte und das war das Ziel von Marx. Aber das, man kann sagen, und ich habe das auch hier geschrieben, Marx kam 100 Jahre zu früh. Marx lebte in einer Zeit, wo er glaubte, das Kapitalistsystem sei schon am Ende. Und er irrte sich sehr. In Wirklichkeit war vor 100 Jahren das Kapitalistsystem noch vor seinem höchsten Aufschwung. Wenn Marx heute leben würde, in der Krise des Kapitalismus, wo viele Menschen schon sehen, der Kapitalismus als Gesellschaftsform lässt sich auf die Dauer nicht halten, da allerdings würde seine Botschaft vielleicht eine viel größere Wirkung haben und sie könnte auch nicht so leicht entstellt werden. In Wirklichkeit sagen Sie, sei Marxismus die Stiftung einer religiös-atheistischen Bewegung? Ja, ich würde sagen, außer dem Buddhismus, er hatte etwas sehr gemeinsam mit dem Buddhismus. Hier war eine Philosophie, streng rational, nicht rationalistisch, ohne Mystifikation, die an die Menschen appelliert hat und die aufgefordert hat, im Sein zu leben. Das heißt, das Leben, die Gesellschaft so zu gestalten, dass man die Kräfte des Menschen, dass der Mensch seine Kräfte entwickelt. Nun, der Buddhismus hat nicht von der Gesellschaft gesprochen. Der Buddhismus hat geglaubt, das hat nichts mit der Gesellschaft zu tun, sondern mit der allgemeinen Existenzstruktur des Menschen. Aber was gemeinsam ist, beides waren rationale, streng rationale, ein Appell streng rationaler Art, dass der Mensch zu sich kommt und das aus sich macht, was er aus sich machen kann. Sie meinen nun, die gegenwärtige kapitalistische Gesellschaft ist erst jetzt in einer Krise, die sich schon aus ökonomischen Gründen zwingt, zu einer solchen Art von Religiosität sich umzukehren? Ich glaube, dass heute schon sehr viele Menschen bereit sind, nach einem Weg zu suchen, der den Menschen befriedigt, der den Menschen respektiert. Und die fühlen, dass ein Leben, wo alles dem Erfolg, dem Geld, der Konkurrenz, der Ausbeutung dient, in Wirklichkeit ein Leben ist, das die Menschen unglücklich machen. Aus diesem Grunde sehen wir ja, es gibt heute doch so viele Menschen, die auf östliche Lehren, ja, ich würde sagen, hereinfallen. Denn das ist zum großen Teil reiner Schwindel. Da ist die Kommerzialisierung dieses religiösen, diese religiösen Bedürfnisse nicht ausschließlich. Ich bin selbst an Buddhismus und Zen-Buddhismus und an Taoismus sehr ernsthaft interessiert und nicht nur interessiert. Aber was heute vor sich geht, ist ja nicht ein ernsthaftes Interesse, sondern ist mit den Methoden der modernen Geschäftswelt, mit den Methoden der Reklame, der Publizität, der Menschen religiöse Gefühle und Sehnsüchte zu verkaufen. Und es dreht sich um das Verkaufen dabei. Und die Menschen sind so entfernt von echten religiösen Erfahrungen, dass sie den Schein für die Realität nehmen und hereinfallen auf Dinge, die in Wirklichkeit sie gar nicht aktivieren, sie gar nicht ändern, sondern die man dann in der bestehenden Religion wirklich viel schöner und besser findet. Sie schreiben an einer Stelle, Europa ist bis heute nicht christlich gewesen. Das ist eigentlich eine ungeheure Aussage. Wie kommen Sie zu diesem? Nun, sie ist gar nicht so ungeheuer, sie ist vielleicht nur etwas überraschend, weil man sich eine Illusion hingegeben hat. Was heißt Christentum? Christentum heißt der Glaube an die Bewunderung von Jesus als dem Heiland, dem Retter. Und das war ein Mann, der war arm, der wollte nichts haben, der wollte keine Macht, er wurde versucht zur Macht und gerade die Jahre abgelehnt. Er war ein Mann voller Liebe, der sein Leben hingegeben hat für die Menschen. Ja, nun, demgegenüber steht das heidnische Prinzip der alten Griechen, der alten Teutonen, das sagt, worauf es ankommt, ist Macht, Überlegenheit und es ist schön zu sterben, wenn man weiß, dass man siegt. Nun, jetzt fragen wir einmal, wo ist denn der christliche Geist in Europa? Wen bewundern wir denn heute? Bewundern wir heute in Europa oder ein paar hundert Jahre früher, bewundern wir den Armen, den Aufopfernden, den Liebenden? Sie schreiben einmal, wir leben in einer Gesellschaft von notorisch unglücklichen Menschen. Wie kommen Sie zu dieser eigentlich ungeheuren Aussage? Ja, für mich ist die gar nicht ungeheuer, sondern im Gegenteil, wenn man nur die Augen aufmacht, sieht man das. Das heißt, die meisten Menschen geben vor für sich selbst auch, dass sie glücklich sind, weil nämlich, wenn man unglücklich ist, dann ist man, im Englischen würde man sagen, eine Failure, dann ist man ein Misserfolg. So muss man also die Maske des Zufriedenseins, des Glücklichseins tragen, denn sonst verliert man den Kredit auf dem Markt, dann ist man ja kein normaler Mensch, kein tüchtiger Mensch. Aber Sie müssen sich doch nur die Menschen ansehen. Braucht man hier nur zu sehen, wie hinter der Maske eine Unruhe, Gereiztheit, Ärger, Depressionen, Schlaflosigkeit, unglücklich sein, das, was die Franzosen genannt haben, die Malaise liegt. Man hat ja schon am Beginn des Jahrhunderts von der Malaise durch Siegel gesprochen. Das, was Freud genannt hat, das Unbehagen in der Kultur. Aber es ist gar nicht das Unbehagen in der Kultur, es ist das Unbehagen in der bürgerlichen Gesellschaft, die den Menschen zum Arbeitstier macht. Und alles, was wichtig ist, die Fähigkeit zu lieben, für sich und für andere da zu sein, zu denken, nicht ein Instrument zu sein für die Wirtschaft, sondern der Zweck alles wirtschaftlichen Geschehens, das macht eben die Menschen so, wie sie sind. Und ich glaube, es ist eine allgemeine Fiktion, die die Menschen miteinander teilen, dass der moderne Mensch glücklich sei. Aber diese Beobachtung, die habe nicht nur ich gemacht, das können Sie also einer ganzen Reihe von Leuten finden. Und man braucht nur selbst die Augen aufzumachen und sich nicht vom Schein trügen zu lassen. Ja, sich nicht vom Schein trügen zu lassen, das haben Sie ja gemacht als Therapeut. Sie greifen ja bei dieser Aussage auf Ihre Erfahrung als Therapeut zurück. Ja, genau. Ich habe seit 40, seit 1926 analysiert und viele, hundert von Fällen von jüngeren Kollegen überwacht und kontrolliert. Und das sind empirische Dinge, die sich herausstellen, denn die Leute, die als Patienten kamen, die kamen wegen ihr gewöhnlich, weil sie irgendein kleines Symptom hatten oder dieses oder jenes. Und wozu sie erst aufwachen mussten, war, dass sie tief unglücklich sind, dass sie mit dem Leben unzufrieden sind, das Leben keinen Sinn macht. Und dass daraus erst die verschiedenen Symptome kommen, nämlich Versuche für dieses Unglücklichsein zu kompensieren. Heißt das auch, dass die Menschen, die wir gemeinten als normal bezeichnen, dass die von ihrem Standpunkt aus krank sind? Oh ja, die Normalsten sind die Kränkesten und die Kranken sind die Gesündesten. Das klingt geistreich oder vielleicht zugespitzt, aber es ist mir ganz ernst am Ende. Es ist nicht eine witzige Formel. Der Mensch, der krank ist, der zeigt, dass bei ihm gewisse menschliche Dinge noch nicht so unterdrückt sind, dass sie in Konflikt kommen mit den Mustern der Kultur und dass sie dadurch, durch diese Friktion, Symptome erzeugen. Das Symptom ist ja wie der Schmerz, nur ein Anzeigen, dass etwas nicht stimmt. Glücklich der, der ein Symptom hat. Wie glücklich der, der einen Schmerz hat, wenn ihm etwas fehlt. Wir wissen ja, wenn der Mensch keine Schmerzen empfinden würde, wäre er in einer sehr gefährlichen Lage. Aber sehr viele Menschen, das heißt die Normalen, die sind so angepasst, die haben sich so, die haben so alles, was ihr eigen ist, verlassen. Die sind so entfremdet, so instrument, so robothaft geworden, dass sie schon gar keinen Konflikt mehr empfinden. Das heißt, ihr wirkliches Gefühl, ihr Liebe, ihr Hass, das ist schon so verdrängt oder sogar so verkümmert, dass sie das Bild einer chronischen, leichten Schizophrenie bilden, geben. Sehen Sie die Ursachen dafür in unserer Gesellschaft? Nun, die Ursachen scheinen mir ganz offenlegen zu sein. Unsere Gesellschaft ist aufgebaut auf dem Prinzip, dass das Ziel des Lebens ist, die größere Produktion als Kompensation und auch als Notwendigkeit die größere Konsumtion und dass die Wirtschaft ist das und der Fortschritt der Wirtschaft, der Fortschritt der Technik, das ist das, wofür wir leben. Nicht der Mensch. Was dem Menschen nützt, das interessiert wenig, wenn man darüber denkt, was das Ziel ist, worauf wir hinauslaufen. Und so gar nicht einmal, was dem Menschen schadet, spielt eine Rolle. Viel, das ist ja notorisch, viel von unserer Anzeigen und Reklamen preist Dinge an, die ausgesprochen tödlich und schädlich sind, wie zum Beispiel, das wurde ja jüngstens viel erörtert, die Milch, die man nach Afrika schafft, die Frauen dazu verführt, die Kinder nicht zu nähern, aber viele Kinder sterben daran, weil gar nicht die Möglichkeit besteht, das richtig und genügend anzuwenden. Aber das kommt darauf nicht an. Wenn es um den Profit geht, hat man kein Gewissen, Menschen zu schaden und wenn man ein noch drastisches Beispiel nehmen will, dann braucht man ja nur an die Profite an der Rüstungsindustrie, an den Verkauf von Rüstungen durch die ganze Welt, an alle Menschen, sogar der atomischen Energie zu denken und was dem Menschen dabei geschieht, ist ganz gleichgültig. Das hat aber erst in der industriellen Zeit, im industriellen Zeit hat er angefangen. Im Mittelalter war es eben nicht so. Da war, und in meisten Kulturen war es nicht so, da war die Kultur, diente dem Menschen. Und die Wirtschaft war ein Zweck. Freud hat selbst eine der schärfsten Kritiken an der bürgerlichen Gesellschaft gegeben, ohne es zu wissen. Nämlich die bürgerliche Gesellschaft ist eine neurotische Gesellschaft, weil sie beherrscht wird vom Prinzip des Habens, des Ansammens, des Akkumulierens, des Behaltenwollens, des Geizes, letzten Endes. Daraus würde aber doch folgern, Herr Fromm, dass die Industriegesellschaft die eigentlich unterentwickelte Gesellschaft ist. Menschlich ist hier die unterentwickelte Gesellschaft, sicher. Wenn ich mir ansehe, eine Gesellschaft von einem Stamm in Afrika oder noch von einer urwüchsigen Bauernleben, wo es das noch gibt, ja, das sind doch menschlich viel höher entwickelt als wir. Der moderne Mensch glaubt, je entwickelter man ist, das heißt, je mehr Maschinen man braucht. Und je weniger Maschinen man braucht, desto unentwickelter ist man. Und deshalb sieht er herab auf die nicht Maschinen, bauenden, Maschinen benutzenden und nicht maschinisierten Menschen als kindlich unentwickelt. Und das fällt damit zusammen, dass nun die weiße Rasse die einzige ist bisher, die die Macht, die Maschinen entwickelt hat, die darauf Macht entwickelt hat. Und so hat die weiße Rasse dann auf alle anderen Rassen herabgesehen, als inferior. Angeblich und ideologisiert, weil sie die falsche Hautfarbe haben. In Wirklichkeit, weil sie keine Macht haben, weil sie keine Maschinenmenschen waren. Sie sehen es ja heute, die Japaner, die sind schon keine Farben mehr, die sind schon keine Gelben mehr. Die sind genauso gut wie weiße Gentlemen. Warum? Die haben genau dieselbe Maschinerie wie wir. Und man kann schon sehen, die Chinesen werden auch keine Gelben mehr sein. Aber die Schwarzen, die sind Schwarze. Und die Araber, die sind auch noch Schwarze. Weil sie, und von den Israelis auch so angesehen, mit derselben Verachtung, wie der weiße Mann überhaupt die nicht maschinell ausgestatteten Völker ansieht. Nicht, weil sie schwarz sind, sind ja rassenmäßig dasselbe wie die Israelis, aber die Israelis haben die westliche Kultur, Armeen, Maschinen. Die Araber sind ein noch unindustrialisiertes Volk. Die, glaube ich, in vieler Weise wohl noch menschlicher leben, als das der industrielle Mensch tut. Aber man sieht auf sie herab, weil sie keine Macht haben. In Ihrem Buch Haben oder Sein schreiben Sie, dass unsere Gesellschaft heute schon aus ökonomischen Gründen gezwungen ist, sich zu besinnen, weil sonst die Katastrophe bevorsteht. Sie verweisen auf den Club of Rome, der aus innerkapitalistischen Argumenten darauf auf eine solche Katastrophe hinweist. Ja, ich glaube, es gibt heute nicht nur von den Veröffentlichungen, die vom Club of Rome veranlasst worden sind, sondern bei einer ganzen Reihe von Forschern die Einsicht, dass wenn wir so weitermachen, wie wir sind, das heißt, alles konsumieren, die Natur zerstören, unser Nachkommen nichts lassen, nichts als eine zerstörte und verarmte und vergiftete Welt, wenn die Menschen weiter nicht am Leben hängen, sondern am Profit und an der Macht, dann wird das mit Notwendigkeit führen zur atomischen Katastrophe, zum Krieg. Es sieht heute schon viel schlimmer aus, wenn fast jede Macht schon ihre atomische, man sagt heute schon, also 40 Mächte schon imstande sind, atomische Energie zu benutzen. Alles das wird verkauft aus Profitgründen. Und zweitens mal haben eben eine Reihe von Forschern gezeigt, dass aus rein ökonomischen Gründen in 20, 50, 60 Jahren die Erde so, unsere Ressourcen so verarmt sind, dass die armen Völker immer ärmer werden, die reichen Völker reicher und dass es dann zu Katastrophen kommen muss. Denn wenn schließlich zwei Drittel der Welt oder der Teil der Welt, der arm ist, immer ärmer wird, ja, heute ist die Welt eine Welt, dann wird sich eben diese Welt, diese arme Welt rächen mit mit hundert Möglichkeiten. Die Festung, die weiße Festung, die Festung der Industriegesellschaft, die ist heute nicht mehr uneinnehmbar. Zu dieser Industriegesellschaft zählen Sie aber die östliche, sogenannte marxistische Gesellschaft hinzu. Die ist genauso, die ist noch viel schlimmer. Denn die hat noch nicht einmal die lebendigen Elemente, die fortschrittlichen Elemente der Kapitalismus hat. Sondern das ist nun der Kapitalismus, der Staatskapitalismus, der einem Stadium entspricht, einem konservativen Stadium, zum Metternich-Zeit. Sehen Sie hier nicht auch eine aufklärende Aufgabe der Wissenschaft? Sie meinen mit Bezug auf die allgemeine Frage? Ja, ich glaube schon. Und die Wissenschaft leistet eben, hat aber auch schon viel aufgeklärt. Das Fantastische ist ja, dass heute jeder Mensch, gewiss die Regierungsvertreter, die Daten alle zur Verfügung hat, die zeigen, dass wir ökologisch schwer bedroht sind, dass wenn das so weitergeht, Katastrophen kommen müssen, dass wir in einem Maße verschwenden, wozu wir überhaupt keine Rechte haben. Wir leben wie Bankrotteure. Wir können die Folgen sehen, aber keiner sieht die Konsequenzen. Man macht so weiter, weil man nicht den Mut, die Initiative hat, zu sehen, wo gibt es etwas Neues. Wie können Sie hoffen, dass es zu einem solchen Umdenken kommt? Sie verweisen in Ihrem Buch Haben oder Sein auf das Buch von Erhard Eppler, einem deutschen Politiker, mit dem Titel Ende oder Wende. Ja. Dieses Buch hat aber in dem vergangenen Bundestagswahlkampf keinerlei Rolle gespielt. Diese Probleme, von denen Sie so bewegt sind und mit denen Sie uns bewegen wollen, werden offenbar verdrängt. Wie wollen Sie diese Mauer durchbrechen? Ja, nun, ich schreibe ja in dem Buch sehr klar, dass ich die Aussichten für fast hoffnungslos halte. Alle Argumente, fast alle Argumente sprechen dafür, dass wir so weitermachen und die Katastrophe schlittern. Ich sage aber auch, solange noch in Fragen des Lebens eine kleine Chance besteht, sagen wir von 1 oder 2 Prozent, so lange darf man nicht aufgeben. Solange muss man alles versuchen, die Katastrophe zu vermeiden. Denn wenn man mit dem Leben handelt, ist es anders, als wenn man mit Geld handelt. Wenn man Geld investieren will und nur 2 Prozent Chance hat, dass es einem nicht verloren geht, dann wird nur ein Narres investieren. Wenn ein Mensch schwer krank ist und nur 2 Prozent Chance ist, dass er sein Leben gerettet werden kann, wird die Medizin alle Mittel versuchen, um wegen dieser 2 Prozent sein Leben zu retten, für das die Chance so gering ist. Und es geht bei den gesellschaftlichen Fragen sich um das Leben der Menschheit. Man kann also den Standpunkt, muss den Standpunkt einnehmen, wenn die Chancen auch ganz gering sind, solange man den Glauben haben kann, dass doch noch fast ein Wunder geschehen kann, solange man nicht beweisen kann, dass es unmöglich ist. Und das kann man im Leben, wo es sich um lebende Prozesse handelt, eigentlich nie oder sehr selten. Solange muss man jeden Versuch machen, und mein Buch ist ein Teil eines solchen Versuches, die Menschen aufzuwecken und ihnen klar zu machen, oder sagen wir mal, die Verdrängung, die ungeheuren Verdrängungen der Realität aufzulockern und die Menschen das sehen zu lassen, was Millionen von Menschen wissen, ohne sich dessen klar bewusst zu sein. Ich möchte dazu sagen, ich glaube, wir wissen alle viel mehr als dessen, was wir uns bewusst sind. Wir spenden einen großen Teil unserer Energie auf das Verdrängen der Wahrheit und rennen von uns davon, rennen von unseren Einsichten davon und ersetzen die durch aller möglichen Rationalisierungen. Das sehen Sie im Einzelfall mit Individuen, als Analytiker kann man das immer wieder sehen, und das sehen Sie gesellschaftlich, wenn Sie solche Phänomene nehmen, wo die Menschen alle Daten haben, es auch im Grunde wissen, aber so erschreckt sind, sich so unfähig zeigen oder fühlen, dass sie lieber alles verdrängen. Herr Fromm, Sie sagen, nicht nur Einzelpersonen können verdrängen, sondern ganze gesellschaftliche Gruppen können verdrängen. Haben Sie dafür Beweise? Nun, was Einzelpersonen anlangt, so gibt es reichlich Beweise. Der beste Beweis sind vielleicht Träume. Ja, da habe ich nun eine verschiedene Auffassung allerdings, als die von Freud, der meinte, Träume seien immer Wunscherfüllungen von relativ primitiven, instinktiven und hauptsächlich sexuellen Wünschen. Mindestens ebenso oft, oder ich glaube sogar öfter, sind Träume Einsichten, die nicht in das bewusste Bild passen, das wir haben. Sie finden manchmal bei Menschen, wenn man denen sagt, in dem Urteil etwas über sich oder über einen anderen, und ihnen das klar sagt, es mag gar nicht schmeichelhaft sein, aber ohne Ärger, sondern sehr freundlich, ganz offensichtlich nicht als Angriff, dass dann der andere Mensch plötzlich sagt, ja, das ist ja wahr. Das habe ich ja eigentlich schon immer gedacht. Ich habe es nur nie gedacht, gewagt es zu denken. Besonders, wenn es das bezieht auf einen Vorgesetzten, auf Eltern, auf Autoritätspersonen, auf den Kaiser im Andersen Märchen, der keine Kleider hat. Sie sehen das ungeheuer häufig, oder aber Sie sehen es, manchmal führt das zu direkten Konversionen, wo ein Mensch plötzlich intuitiv etwas von der Wahrheit sieht, und wo dann aus einem Saulus ein Paulus wirkt. Aber der Paulus war schon immer in dem Saulus, sonst wäre der Saulus nie ein Paulus geworden. Es war nur nicht bewusst, es war verdrängt. Ich glaube, in Andersen Märchen vom Kaiser, der die neuen Kleider hat, liegt schon ein Fall von kollektiver Verdrängung vor. Da liegt schon ein Fall von kollektiver Verdrängung. Nun, zur kollektiven Verdrängung, da gehört ja nur, das ist ja ein Riesenkapitel, ein Trauriges. Nehmen Sie nur einen Fall an, zum Beispiel. Alle Völker sind außerordentlich, feinfühlig, haben ein feines Gewissen, wenn es sich um die Laster ihrer Gegner handelt. Also die Grausamkeit, die Unmenschlichkeit, die Verlogenheit des Gegners, die werden alle anerkannt und zu propagandazwecken benutzt. Das heißt ja aber auch, die Menschen haben in Wirklichkeit ein Gefühl, so sollte man nicht handeln. Also jedes Volk glaubt von dem Anderen, wenn er der Feind und Gegner ist, dass die furchtbare Laster haben. Nun, nur über die eigenen Laster, die, da spricht man über die Tugenden. Nun, das heißt ja, man hat ja die Kategorien des Guten und Schlechten, aber auf sich selbst wendet man sie nicht an. Und Sie sehen das ja auch im Einzelleben wieder. Oder, nehmen Sie ein anderes Beispiel, so wie ich das recht verstehe, ist es doch so, dass die deutsche militärische Situation ist, dass wenn es gelingt, den vorausgesagten oder angenommenen russischen Einfall abzuwehren, dass dann Deutschland ein atomisches Schlacht fällt würde und zerstört würde. Und dass nur dann Deutschland physisch, das Leben Deutschlands, gerettet werden könnte, wenn die Russen ohne atomare Waffen, das atomare Waffen gebrauchen, gleich bis zum Rhein vordringen in 48 Stunden, wie das manche Generäle voraussagen, besonders wenn es ein Wochenende ist. Nun, Frage, ja, warum eigentlich verfolgt man eine Politik, die im besten Fall auf den Selbstmord hinausläuft? Sehen denn das die Menschen nicht? Sehen Sie denn nicht, dass das unsinnig ist? Nun, da hört man viele Argumente, aber keins von Ihnen hat mich bis jetzt überzeugt, dass da nicht eine Verdrängung ist, weil man eine Politik führt, die das gar nicht sehen will. Ist die Gefahr der kollektiven Verdrängung vielleicht auch als politische Gefahr im Hinblick auf Ansätze eines neuen Faschismus zu sehen? Ja, das, glaube ich, ist eine sehr große politische Gefahr und das führt mich dazu, ein großes Beispiel für politische Verdrängung ist ja doch die Hitlerzeit. Die Menschen im Ausland können nicht verstehen, und ich habe viele Argumente darüber gehabt, dass die meisten Deutschen die Wahrheit sagen, wenn sie sagen, sie haben nichts davon gewusst, was Hitler an Tötungen sowohl von Juden wie von Russen und Polen und Kommunisten vorgenommen hat. Sie sagen, das ist ja ganz unmöglich, das müssen ja die Menschen gewusst haben. Die Menschen haben es aber meistens nicht gewusst und sind darin ganz ehrlich. Aber da muss man einen Schritt weiter gehen. Sie hätten es aber vielleicht wissen können an manchen Anzeichen, wenn nicht dieses Wissen verdrängt worden wäre. Und das erklärt überhaupt, warum es Hitler möglich war, solche Dinge zu tun, die, wenn das deutsche Volk sie gewusst hätte, das ist, glaube ich, gar kein Zweifel, hätte Hitler sich nicht halten können. Das deutsche Volk in seiner großen Mehrheit wäre diesem Sadismus und dieser Immoralität so zuwider gewesen, dass Hitler alles versuchen musste, das von dem deutschen Volk geheim zu halten. Und sein Versuch ist aber geglückt dadurch, dass eben auch viele Deutsche das, was sie hätten wissen können, verdrängt haben. das, was sie hätten Und das sind sehr, da sind die Upsen und die Upsen lüge. Die Upsen Untertitelung des ZDF, 2020